Okay, das war übel. Äh? Oh. Okay, hier muss ich lang. Oh, ich hasse Wind. Gott. Oh my god. Okay. Okay. Das ist echt scheiße. Oh Gott. Oh my god. Gut. Dann geht's hier nämlich weiter. Uff. Boah. Meine Fresse. Schnauze Knochen Jochen. Oder Jochen Knochen. Ist mir egal. Höhe ändern. Hä? Ich kann hier eigentlich tatsächlich nicht sehr viel machen, oder? Ach so. Ah, so ist es gemeint. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wie soll ich das denn packen? Boah. Wart mal. Nein. So. Oh. Oh. Okay, also laufen oder so oder springen oder so bringt nichts. Das heißt also einfach nur gegen den Strom quasi laufen. Also beziehungsweise einfach nur gegen der Windböe laufen. So. Okay, das hätten wir auch schon mal. Oh Gott. Okay. Ja komm, jetzt kipp um. Kipp um. Ja komm, worauf wartest du? Toll. Super. Knochen, Mann. Geh weg. Die krieg ich leider nicht kaputt. Das sieht auch cute aus. Hm. Cool. Ah gut. Ich dachte nämlich, den Rettungsring könnte ich vielleicht auch wegschlürfen, aber nee, ist wohl nicht. Oh. Okay, ich glaub, ich nehm das. Oh, ja, ich glaub, ich innere mich noch daran. Boah. Boah. So. Die Laternen hab ich gepustet. Die auch. Ich mag die Drachenkraft. Die ist echt cool. Ah, scheiße. Ah, erst mal ein paar Donuts. Oh. Ja, ich kann gar nichts erkennen. Oh. Ja gut, dass ich nicht weitergelaufen bin. Nein. So. Hehe. Da hattest du keine Chance, ne? So. Mann. Nervig. Okay. Ach du Scheiße. Oh, ich dachte, da wär vielleicht irgend so ein Gang oder so, aber nee, doch nicht. Okay. Scheiße. So. Haben wir jetzt? Oh. Okay. Ich glaub, hier haben wir tatsächlich schon alles. Es wird auf jeden Fall immer knüffeliger, die Sachen zu sammeln. Oh je. Oh je, ich kenn das. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Der ist wieder da. Boah. Sieht ja richtig creepy aus, ey. Alter Vater, was? Gürteltor-Phantom. Was? Ähm. Lass mich. Was? Was ist denn jetzt los? Ah, okay. Ah, okay. Wie beim letzten Mal auch. Okay. Oh, Scheiße. Boah. Scheiße. Boah, Junge, du nervst. Oh, nicht schon wieder. Der bin ich schon wieder gefangen. Ich brate dir deinen Bauch weg. Was? Oh nein, 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 nein. Nicht wieder diesen Tango-Tanz. Nein. Wo ist meine Drachenkraft? Puff. Geh weg, 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 geh weg. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Boah, was ne Scheiße Boah, alter Boah, nervt der hart Los, komm schon Scheiße Nein Oh Gott Boah Oh Gott Los, nur noch ein bisschen Nein So, jetzt aber, komm schon Boah Geschäft Boah Boah Halleluja Okay Okay, wie viel haben wir jetzt gesammelt? 39 Okay Na gut Oh Okay Interessant Fergis lande Fergis lande Okay Okay Gut Ich würde mal sagen, wir gehen nochmal zurück in die Waddle Dee Stadt Oh Oh ja, wir sind doch ziemlich ausgelaugt, sag ich schon Oh Oh Ich hab schon wieder den Ich weiß gar nicht Ich weiß gar nicht, wie oft ich diesen Waddle Dee Verprügelt habe Umgebracht habe Oh Oh, du hast bereits alle verfügbaren Figuren aus Serie 1 gesammelt Oh 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 Das heißt, diese anderen Diese drei Die kriegst du nicht mehr in der Dings, sondern Da muss wahrscheinlich irgendwas bestimmtes erfüllen Gut Da würde ich mal sagen, wir gucken mal auf Serie 2, ne? Da haben wir auf jeden Fall noch ein paar. Pfosten. Hitler Entdecker. Kugelblitz. Oh ja. Kolossals Schwert. Blühende Blumen. Squishy. Oh, 12 von 78. Oh, da haben wir aber echt genug zu sammeln. Ringstopfer-Kirby. Glühbirnstopfer-Kirby. Bombio. Trombino. Graboa. Der Rebell. So, Serie 3. Gut. Ich versuche unser Glück. Oh, die kosten 20. Das ist Creme de la Creme hier. Oh. Bootfahrender Ringstopfer-Kirby. Kirby erhielt Zugriff auf den Vollstopf-Modus, nachdem er den Wirbel passierte. Und kann sich nun auch mit Metallringen vollstopfen und zu einer gemütlichen Bootsfahrt antreten. Mithilfe ausgestoßener Luft treibt Kirby das Boot voran und lässt es den Gegner krachen. Selbst wenn der halt in den Wumms nicht stand. Hm. Okay. Interesting. So, aber wir haben auf jeden Fall noch ein paar Blaupausen, ne? Hm. So, Metaneiter haben wir gemacht. Oh. Ne. Wir haben tatsächlich noch, äh, noch nicht genug Stern. Also diese Crafting-Sterne. Ähm. Gut. Da würde ich mal sagen, ich hole mal nochmal so eine KP-Pulle. Hm. Ja. Ich nehme die. Ja. Rein mit den Lachs. Gut. Wie sagen wir... Uah. Wir fliegen einfach mal nach Hause. Hä? Was ist denn hier los? Meine Güte, Kirby, dein Haus ist ja fast so cool rund wie du. Okay. Oh, was ist denn mit dem los? Wie schön, dass wir Elfvillen wieder sehen können. Für einen Moment habe ich mir echt Sorgen gemacht. Sieht so aus, als hätte Elfvillen's Kraft eine Verbindung zwischen dieser Welt und Planet Pop geschaffen. Da dieser Ort fast schon zu unserem zweiten Zuhause geworden ist, wäre es doch schade, hier nicht noch ein paar Abenteuer zu erleben. Ja. Ich mag das Spiel tatsächlich. Also es ist mega, 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 mega süß. Und ja, auch ein süßes Spiel braucht sein Ende und äh... Aber wie gesagt, Freitag geht's hier auf jeden Fall weiter. Und Kirby braucht jetzt auch erstmal eine Pause. Und ja, ins Bettchen gehe ich auch gleich nach diesem Stream. Und ja, das war's für heute, für die Streaming-Session. Und ähm, falls es euch gefallen hat, beziehungsweise falls es euch gefallen hat oder so, könnt ihr gerne hier ein Follower hinterlassen. Und äh, falls ihr dies auf E-Gamer-Sitbox-TV guckt, hier auf YouTube, dann bitte, bitte gerne ein Abo hinterlassen. Ähm, wenn ihr uns gerne spenden möchtet, könnt ihr das natürlich auch gerne tun. Oder ähm, wenn ihr auch mein Schatzipo gerne auch, ähm, schauen möchtet, ähm, innerhalb der Woche, dann schaut mal bitte auf E-Gamer-Sitbox-TV auf Twitch vorbei, denn das ist auch unser Hauptkanal. Und ähm, er ist dann Montags, Mittwochs und Donnerstags dann für euch da. Und zwar hier auf Twitch. Nochmal vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Und wie gesagt, wir sehen uns, also ich persönlich, also unsere Wenigkeit, also meine Wenigkeit seht ihr erst am Freitag. Morgen könnt ihr mein Schatzipo auf E-Gamer-Sitbox-TV sehen. Ich bedanke mich, sag schon mal Tschüssikowski und eine angenehme Nacht. Bis dann! Äh! 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 Bis dann! Vielen Dank.